so ich habe gerade gemerkt dass die folge eben keinen hintergrund ton das tut mir leid irgendwie ist gerade ein bisschen der wohn wieder drin ich sehe schon wieder fünf euro in die kasse zahlen werde da es jetzt wahrscheinlich drei folgen betrifft da ich auch hier keine ton haben werde in der nachfolgenden folge auch keinen ton haben werde werde ich wahrscheinlich dementsprechend mehr einzahlen vielleicht bin ich mir selbst rabatt auf zehn euro das nicht 15 euro zahlen wer weiß das schon aber wir wollten erst mal noch etwas weiter schauen somit die mohai haben ja schon gesprochen mit ihnen kamen wir sprechen ja wahrscheinlich nicht wir hatten aber noch jemanden wir hatten du an die drose hat man schon okay wir hatten noch genau das soll ein interessantes gespräch sein weil er sich für einen buchstaben hält du siehst einen mann der regungslos dasteht er zuckt sich einmal mit der wimper bei genauerer betrachtung könnte man meinen dass er nicht atmet sondern einfach nur so dasteht seine augenhöhlen sind klaffende löcher in seinem gesicht darin schimmert ein mattes graues licht das aufgeregt zu tanzen scheint der blick in die augenhöhlen vermittelt das unheimliche gefühl unendeter leere das sich schaudern lässt als würdest du der ewig kalt von angesicht zu angesicht gegenüberstehen der kopf schwenkt langsam zu dir während der bewegung scheint sich unter der haut kein einziger muskel zu bewegen und der mann spricht mit klaren klarer glockenheller stimme schön dich zu sehen streuner du hast wieder vergessen nicht wahr kennst du mich fremde als als er den mund öffnet überkommt dich wieder dieses gefühl der ewigkeit in seinem mund siehst du weder zunge noch zähne als wäre dieser mann eine höhle die einen grenzenlose weiter umschließt wir haben uns schon mal unterhalten aber das vergisst du ja immer deine unaufhörliche suche nach deinem selbst endet jedes mal in gedächtnisverlust immer wenn du die wahrheit fast gefunden hast wirst du erneut zurückgeworfen hoffen wir dass du stark genug bist deine existenz zu ertragen was weißt du von mir woher weißt du das ich weiß dass du wie eine fliege aus einer alten kaputten hölle kriegst eine weile herumschwürst und dann am fenster der wahrheit verendest du klebst an der scheibe sucht völlig planlos nach dem licht und wenn die suche erfolglos bleibt überfällt ich erschöpfung besetzt dich auf andere nieder um nicht eine weile von ihnen zu ernähren und dann fliegst du weiter ohne auch nur einen weiteren gedanken an sie zu verschwenden ich habe beobachtet wie du hierher kamst habe ihr zugehört und gesehen dass du am ende kein bisschen klüger warst wann lernst du endlich aus deinen fehlern suchen da ich muss kurz was trinken mehr anzeigen ich glaube nicht dass der ton mir gefällt nee wer bist du ich bin o irgendwie spricht er seinen namen so aus als handelt es sich dabei um mehr als einfache buchstaben als berge der klang seines namens unzählige möglichkeiten und nuancen in sich keine menschliche zunge könnte je einen solchen laut erzeugen und dennoch hat es meine zunge gerade getan was für eine art name ist das denn es ist mein name der name eines stückes ewigkeit ich bin ein buchstabe des göttlichen alphabets mich zu verstehen kann dazu führen das wesen existenz zu verstehen ich bin im wahren name der hälfte aller dinge enthalten und ich enthalte selbst die wahrheit ich bin mathematisch organisch metaphysisch und was soll das bitte heißen das göttliche alphabet ist im namen aller existierenden dinge enthalten vom samen im herzen der elementarebenen bis zum kern des großen jenseits meine brüder oder schwestern ein einziger begriff formt sich in deinem kopf in diesen beiden wörter in diese sein wird wir sind traum und realität die vorstellung und das unvorstellbare dann heißt das dass du alle geheimnisse der ebene der existenz erkennst nicht wahr viele davon kenne ich zum teil ohne verbindung zu meinen brüdern schwestern bin ich nichts als ein buchstabe alleine bin ich ein symbol doch zusammen sind für sprache und macht also kennst du die geheimnisse der existenz doch nicht das habe ich nicht gesagt ein buchstabe allein bürgt bereits eine gewaltige macht in sich lass es mich dir zeigen er öffnet seinen mund immer weiter sein gesicht verzieht sich um die um augen mund und nase um dich überkommt erneut er euch überkommt erneut dieses gefühl der ewigkeit du verlierst dich in ihr treibst in ihr umher bis teil von ihr als du in die realität zurückkehrt stellst du fest dass o verschwunden ist irgendwie wurde jedoch der horizont erweitert dein geist wurde erhält wenn auch nur kurz das war unbeschreiblich okay das war krass ich habe ja noch länger mit ihm gesprochen aber jetzt haben wir immer plus 1 weiß dass wir kurz gucken dass wir kurz gucken genau dem 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 weisheit ist jetzt 17 meine weisheit heroische ausmaße ich sollte meine weisheit ist gesagt um zwei steigern und intelligenz um eins da ich jetzt meine weisheit dementsprechend oder die da sie bereits gesteigert wurde um zwei kann ich das im meerweger streichen und kann jetzt noch in den nächsten punkten intelligenz stecken wie viel brauchen wir eigentlich noch zur nächsten erfahrungsstufe das herauszufinden wird seine aufgabe für mich sein und ich habe sie auch schon gelöst wir brauchen ungefähr 12.000 das kann also eine ganze weile dauern nun gut wir haben übrigens einen punkt für unsere kampfestalente bekommen habe ich gehört und das freut mich ich brauche also noch einen lehrer so haben wir noch irgendjemanden hier mit dem wir noch nicht gesprochen haben wieso ach gott nein ich habe irgendwie den bildschirm zentriert oh gott wie kann ich das wieder ausschalten oh gott warte mal das muss ich kurz mal spielmechanik bla 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 tasten zuweisen genau wahrscheinlich verschiedenes info nein verschiedenes ja ki auf charakter zentrieren c ach c habe ich gedruckt natürlich ja um auf charakter zu kommen macht der gewohnheit würde ich sagen so ansonsten haben wir hier glaube ich schon mit allen gesprochen ist das richtig ich meine ja was ist denn hier eigentlich auch noch was ist was schriftrolle stärke die ich leider nicht mehr tragen kann ist aber kein problem denn ich könnte wahrscheinlich leuten ein bisschen was abgeben zum beispiel kann ich jemanden hier diese schriftrolle geben ich würde vorschlagen dir allgemein solche ganzen schrifträume ergeben die brauche ich jetzt nicht unbedingt so auch diese hier hallo aber ich kann auch einfach gleich dich nehmen und das hier nehmen genau naja und wir wollten uns noch ein bisschen dein inventar anschauen da kannst du zertrüstung dachkons zerminelle zertrüstung aus ineinander greifenden metallringen gefertigt besteht sie aus demselben material wie dachkons klinge in gegner zu der klinge scheint sich die rüstung allerdings nicht je nach mentalen zustand ihres trägers zu verändern das wäre auch nicht so clever glaube ich die rüstung wird über einen gepolsterten waffenrock getragen und gestachelte arm schienen sowie schulterpolster wurden hinzugefügt um den schutz der arme und des oberkörpers zu erhöhen während erhält ist sie leichter und flexibler das ist dass ein schwert wirkungsvoll einsetzen kann darüber hinaus scheint es sich so zu verhalten dass die benutzung des schwerts und der rüstung im verbund der rüstung gar noch fließender macht es ist nicht bekannt ob es sich hierbei um eine einzigartige eigenschaft von kerrach oder um einen magischen effekt der beiden items handelt ok und wir haben noch den flüsternden facon dieses behältnis enthält ein sonderbares pulver namens wispernder staub freie besetzung des gif ausdrucks eine art also heilpulver das hat man glaube ich schon wir hatten aber noch nicht ohne den ungebrochenen kreis von zertimon dieser kleine hunde stein ist der ungebrochene kreis von zertimon der ungebrochene kreis ist ein religiöser zerttext der die lehren zertimons enthält des gründers des volkes der gitzerei der kreis besteht aus einer reihe verketteter kreise die sich auseinander entfalten je nachdem welchen zweig der lehren der leser folgen möchte man sagt dass manches herz jahrelang über die kombination der platten brüten und nach neuen bedeutungen der lehren suchen da kommt er konnte den text als eine art er eine methode zu konzentrieren seiner zauberkräfte zu nutzen denn er brütet gelegentlich über der tafel und lernt die worte auswendig ich hätte es glaube ich schon mal gelesen kommt mir zumindest arg bekannt vor ich könnte mal verwenden dieses kleine runde der kleine runde stein scheint einen religiösen text darzustellen den dakon bei sich trägt es besteht aus einer reihe miteinander verketteter kreise die sich auseinander entfalten die komplexität der plättchen ihre ketten die erzeugen davon dass der text von meisterhand gefertigt wurde du kannst allerdings nicht herausfinden wie man die plättchen voneinander trennen kann deswegen lasse ich den stein in ruhe okay genau was noch ein kommentar von euch war was gar nicht mal so doof ist also was eigentlich sogar sehr clever ist gar nicht mal so doofes gutes set hat okay der spiel besser als ich logischerweise ich gebe ihm mal die magischen eigenschaften magischen dinge und lasse ihn mal identifizieren vielleicht geht das hier an aha das kann er nicht und du kann es auch nicht naja dann hast du das trotzdem dein inventar ist ja auch nicht schlecht so es gab hier hinten aber noch eine weitere tür die ich mir gerne mal anschauen würde und übrigens würde ich ganz gerne die ganze gruppe dazu nehmen die ganze gruppe genau kurz mal gespeichert und wir schauen mal hier rein hallo was ist hier diese einstmalig einstmals funktionsfähige tür ist jetzt von innen zu genagelt und verriegelt um sie vor dieben zu sichern vor innen okay kann man versuchen das ding aufzuhacken die antwort ist nein kann man mit einem stemmeisen das ganze probieren auch hier ist die antwort nein gut dann gehe ich zurück zur axt und wir können wird noch mal fragen nach dieser tür hat aber nichts gebracht okay gut dann kommen wir später mal auf diese bar zurück wir waren jetzt wirklich lang genug hier glaube ich und ich würde vorschlagen was das hier eigentlich diese stämmige mäste stützen das baufällige dach eier und hier ist noch irgendwelche leitung und rohre okay und ich würde vorschlagen dass wir uns auch mal nach draußen begeben speichern noch mal ganz kurz in ein anderes viertel begeben map wir sind hier bar zur späne leiche kuatras lager okay ich wollte eigentlich zum nordöstlichen teil des stockes glaube ich es sei natürlich wenn angegriffen was eher dumm für euch ist glaube ich also ganz schön viele schläger hier ihr lauft weg okay können wir jetzt erstmal den rest jetzt wo wir da kong dabei haben dürfen wir schon einiges mehr an schaden ausrichten können aber genau der ist auch noch da da kommt schon jawohl und da bleibt noch einer die erfahrungspunkte natürlich gerne mit so eine frage wo ist denn jetzt hingelaufen das mag wohl sein aber trotzdem ich kurz noch den bronzerring mit und was alles so noch da rumliegt hat das noch einer kopfhau ring zwei stück an der zahl hier so ein bluttalisman hat er vielleicht noch Geld einen rostigen durch nein den brauch ich nicht aber hier rechts war noch jemand genau direkt mal kritischen fehltreffer für jemanden der in der ecke gedrängt ist und eigentlich flieht ist das schon ziemlich traurig so was gibt es hier noch wir haben einen weiteren bronzerring toll mensch jetzt bräuchte nur noch jemanden der den ganzen kram überhaupt annimmt und kauft wir müssen uns jetzt nicht daheim begeben sondern wo geht es denn hier raus ich glaube hier Moment na hier auf keinen fall in ordnung in ordnung in ordnung So hier lang wir werden nicht weiter angegriffen das freut mich sehr was wir jetzt ganz einmal machen würden ich würde gerne die dame die sich von den portalen fürchtet Beruhigen Hallo schläger aus dem stock na hast du probleme Anna war nicht die dame wo ist sie denn die stand hier oben eher irgendwie rum war die hier so ja ich glaube die war hier in der nähe bern bern ist nicht den ich brauche So ein staubmensch die vielleicht war das hier Und weitere schläger die nicht auf uns aggressiv reagieren das ist ganz gut hier ist ein da bus Ein weiterer bewütender bruna hier in gris da bist du ja Sie ist ingress sie ist in ihren mantel aus schmutzigen lumpen gehüllt und klappert mit den zähnen sie schaut sich verstohlen um als ob sie erwartet jeden moment angegriffen zu werden Dann gegrüßt ingress Hey du sie blinzelt dich an was willst du jetzt von mir willst du dass ich hier von dir verschwinde ich kann es der stadt nicht fort also tue ich es nicht kann ich habe es versucht das ist keine stadt das ist ein riesiges gefängnis ingress ich habe jemanden gefunden der dich zurück auf deiner heimat ebene bringen kann ingress verstummt ich will weg weg von diesem ort Sein name ist kandrian er müsste jeden moment hier sein vertrauen einfach ok ingress sagt nichts sie nickt nur bei ihre zähne ihren mund klappern ich werde zurückgehen und mich mit kandrian in der bar zu schwelenden leiche treffen will wissen wie alles gelaufen ist halt die ohren steif ingress Mein tagebuch das ist nicht mein tagebuch da ist auch nicht mein tagebuch lasst mir raten jb journal ja äh tagebuch 8 stunde kandrian hat mir von seinem ausdruck auf die negative materielle ebene erzählt ähm ein ort an dem die existenz ins nichts fällt da waren wir schon ach ja hier äh zweiter tag dritte stunde ich habe ingress erzählt dass kandrian kommen würde um ihr zurück nach hause zu helfen ich werde kandrian bei der bar zu schwelende leiche treffen um sicher zu sein dass alles gut gegangen ist Wunderbar ähm Finde einen weg um ingress zu helfen Ja sollen wir jetzt gleich zurückgehen oder wie ist das können auch gleich zurückgehen Wieso gehe ich eigentlich mit dir zuerst Egal Okay wir gehen weiter runter wir gehen nochmal zurück zu jetzt zur bar der schwelenden leiche und werden halt mal gucken ob wir da irgendwas finden nicht wahr Also ob der der kandrian wieder da ist Und Gutes zu berichten hat Ich habe leider noch keine große genau keine große ähm Orientierung hier muss ich gestehen So hier hin So hier hin Da ist ein toter baum Ach nein der tote baum kann man vielleicht Ah Mist Hätte er gehofft dass wir ja vielleicht den äh Ding ist schon überzeugen können den Dacon So kandrian da bist du ja wieder Kandrian steht auf als du dich näherst Hier das hat mir die Zahnfrau für dich gegeben Sagt er wobei er die Hand ausstreckt Sie wollte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen Sozusagen abrechnen um einen Schlussstrich unter die verdammte Sache zu ziehen Seine Handfläche blitzen Ingris tanzende Zähne die er vorsichtig in seine Hand legt Viel Spaß damit Suchender Dankeschön Inventar voll Gegenstand fallen gelassen Okay Dann werden wir mal kurz Ingris Zähne ein Ernstes werden wir mal kurz hier äh Dir so ein paar Dinge geben Bisschen klimper klimper Und schauen mal Ingris Zähne an Äh Dies ist eine Handvoll von Ingris lebenden Zähnen Offensichtlich wollten sie nicht mit ihr zurück durch das Portal auf ihrer Heimat Ebene gehen Sie klappern vor sich hin wenn sie dicht beieinander gehalten werden Und erinnert dich an einen Schwarm gruseliger Elfenbein farbiger Erfarbener hüpfender Käfer Können nur von Morte verwendet werden Ah ok Morte Dein Inventar ist leider voll Ähm Nimm 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 Die Aufgabenliste in der Leichenhalde Vielleicht brauchst du die nicht mehr Guck mal die Staubbetschdrobe kannst du schon mal ablegen Zack Dafür kannst du aber jetzt mal die lustigen klappenden Zähne nehmen Kann man die nicht irgendwie Verwende mal Ingris Zähne Du betrachtest Ingris Zähne ausgiebig Du kannst dich nicht des geeindrucks erwehren Dass die Elfenbeinkäfern ähneln Du hast das Gefühl dass sie dich erwartungsvoll ansehen Als ob sie auf ein Befehl warten Ich will dass ihr stechenden Schaden anrichtet Die Zähne werden zu langen scharfen Fängen Geschafft Dementsprechend dürfte Morte jetzt mehr Schaden anrichten Witzig So Was haben wir eigentlich noch zu tun Wir haben das mit Ingris erledigt Wir müssen Fahrrad und mein Wort Journal finden Das verstehe ich Finde die Quelle von Fahrrads Leichen für Emorik Kümmere dich um die Kneipenrechnung Suche Credic um Auftrag von Ban dem Sender Alles habe ich noch nicht geschafft Ähm Ist in Ordnung Und schon wieder Gibt es Leute die sterben wollen Und das war der Erste Guck mal ob Morte es mehr Schaden macht Kann gut sein Habe ich das nicht drauf Ja gut Aber ich komme auch wirklich mal alle Alle Schergen der Welt kommen hier angelaufen Staubmensch wird gar nicht beachtet Na komm schon Fall schon um Da müssen wir nicht wesentlich verfolgen Mittlerweile Sind hier Leichenberge die sich aufbäumen Kann man irgendwas mitnehmen Geld ist eine gute Sache Schmutziger Rattentat ist Man kann sich behalten Den nehme ich mal mit Und den rostigen Dolch Kannst du wiederum behalten So Hier war doch gerade jemand Da unten sind doch zwei Zwei lumpige Leute die fliehen wollen Dazu müssen wir nicht offenbar erstmal die Enge treiben Wenn ich jetzt so der Fahnenkampf warf wäre nicht verkehrt oder? Aber ich glaube du läufst jetzt gerade wieder in den Eingang rein was dich genau Dein Leben kosten dürfte Hast du irgendwas dabei? Ein Bronzearmband ist bestimmt ganz toll und ganz wertvoll Aber ich habe jetzt Nicht die Muße die ganze Zeit Halt mal still Ähm Ähm Mein Inventar so zu verwalten Dass ich genau das Wertvollste bei mir habe Weil ich ehrlich gesagt auch nicht genau weiß Was gerade das Wertvollste ist Ich brauche unbedingt einen Händler Bleib doch bitte mal stehen Ich wollte gerade sagen so weit darf es nicht mehr rein Okay Hast du irgendwas dabei? Kann man nicht sagen Gut Schauen wir uns doch mal die Karte an Wir waren Waren wir eigentlich schon hier? Das war im östlichen Teil des Stocks Ja Waren wir schon in den Lager Da waren wir glaube ich schon Aber wir waren aber durch den südwestlichen Teil des Stocks Ah ja Der Schläger ist mir egal Der schwarze Abishai ist mir auch erstmal egal Denn ich werde einfach mal den nächsten Teil des Stocks erkunden Ähm Würde aber glaube ich vorher einfach einen Schnitt machen Weil dann Haben wir einen guten Übergang zur nächsten Folge Wir sehen uns gleich wieder Bis dann wie auch schon